Emils Eiswelt, wo Abenteuer und Eiscreme zusammentreffen. Inmitten eines Sonnenblumenfeldes, am Rande eines kleinen Dorfes, stand Emils Eiswagen. Er war ein knallpinkfarbenes Wunderwerk, übersät mit bunten Eistüten und fröhlichen Melodien, die aus den Lautsprechern strömten. Kinder aus allen Ecken und Winkeln des Dorfes wurden magisch angezogen von der süßen Verlockung, die von Emils Eiswelt ausging. Emil, der Besitzer des Eiswagens, war ein Mann mit einem ansteckenden Lachen und einem Bauch, der so rund war wie seine köstlichen Eiskugeln. Immer trug er eine bunte Eiswaffelmütze und begrüßte jeden Kunden mit einem herzlichen »Willkommen in Emils Eiswelt«. An einem besonders heißen Tag war Emil in seinem Element. Er jonglierte mit Eiskugeln wie ein Zirkusartist, zauberte Sahnetöpfer in die Luft und verzierte jedes Eis mit bunten Streuseln, die in der Sonne funkelten. Die Kinder standen geduldig Schlange, ihre Augen voller Vorfreude auf die kalte Erfrischung. Plötzlich ertönte ein ohrenbetäubendes Brüllen, das alle erstarren ließ. Aus dem Sonnenblumenfeld tauchte ein riesiger Teddybär auf, mindestens so groß wie der Eiswagen selbst. Sein dicker, wuscheliger Bauch warb bellte mit jedem Schritt und in seiner Tatze hielt er eine zerknautschte Eiswaffel. »Peul«, brüllte der Teddybär. »Meine Eiswaffel ist auf den Boden gefallen. Jetzt ist sie ganz dreckig.« Emil zögerte keine Sekunde. Mit einem Grinsen griff er nach einem riesigen Eiskübel, befüllte ihn mit den erdenklichsten Eissorten und stürzte auf den Teddybär zu. »Keine Sorge, mein Freund«, rief er. »Ich zaubere dir eine neue Eiswaffel, die so groß und lecker ist, dass du sie nie vergessen wirst.« Die Kinder staunten Bauklötze, als Emil ein Eiskunstwerk aus Schokolade, Erdbeere und Vanille errichtete. Getreu seinem Motto »Alles ist möglich in Emils Eiswelt«, garnierte er den Eisberg mit Schokoriegeln, Gummibärchen und bunten Fähnchen, die im Wind flatterten. Der Teddybär strahlte vor Freude und verschlang die Eiskreation in wenigen Bissen, dankte Emil mit einem brummigen Lecker und watschelte glücklich davon. Von diesem Tag an war Emil nicht nur für sein fabelhaftes Eis bekannt, sondern auch für seine Abenteuer mit dem riesigen Teddybär. Die Kinder liebten ihn dafür und strömten jeden Tag zu seinem Eiswagen, um nicht nur eine köstliche Erfrischung zu genießen, sondern auch die neuesten Geschichten von Emil und seinem Teddy zu hören. Doch die Abenteuer waren noch lange nicht vorbei. An einem Tag kam ein kleines Mädchen namens Frieda zum Eiswagen. Mit großen, traurigen Augen erzählte sie Emil, dass sie ihre Lieblingspuppe verloren hatte und ohne sie untrüstlich war. Emil überlegte kurz, zauberte dann aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht eine exakte Kopie der Puppe aus Eis. Friedas Augen leuchteten vor Freude und sie bedankte sich mit einer dicken Umarmung, die Emils Herz erwärmte. An einem anderen Tag rettete Emil mit dem Teddybär einen kleinen Kater vom Baum, der sich nicht mehr heruntertraute. Und als im Dorf ein Fest stattfand, zauberte Emil mit seinen Eisgrünsten eine riesige Eistorte, die so groß war wie ein Haus. Die Dorfbewohner jubelten und tanzten bis in die Nacht, während sie sich an Emils kalter Kreation erfreuten. Die Geschichten von Emil und seinem Teddy verbreiteten sich im ganzen Land wie ein Lauffeuer. Menschen aus allen Ecken und Winkeln kamen, um die beiden Freunde zu sehen, Emils leckeres Eis zu probieren und die Abenteuer der Eiswelt hautnah zu erleben. Emil war glücklich. Er hatte seinen Traumjob gefunden und jeden Tag neue Freunde dazu gewonnen. So lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, erfanden jeden Tag neue Abenteuer und zauberten mit ihren Eiskünsten Freude in die Herzen der Menschen. Emils Eiswelt war mehr als nur ein Ort zum Eisessen. Es war ein Ort der Fantasie, der Freundschaft und des Glücks. Und wenn man heute durch das Sonnenblumenfeld spaziert, kann man manchmal noch Emil und seinen Teddybär sehen, wie sie fröhlich wieder singen und neue Eiskreationen erschaffen. Ende Möchtest du noch tolle Geschichten aus der Welt des Geschichten bot? Du fandest diese Geschichte interessant, dann freuen wir uns über deinen Daumen hoch, Pick oder ein Teilen des Videos.